Gut, ich höre euch nicht. Geht's euch gut? Wenn ihr jetzt mal etwas zurückhalten, nehmt euch etwas zurückhalten im Oberrang. Geht's euch gut? Bei dem Lied, jetzt rede ich ganz kurz Dialekt, ok? Also, es sind ja fast alles, würde ich sagen, 99 Prozent zu tun, ok? Geht's euch mal mit uns versprungen. Freunde, bei dem nächsten Lied, ich kann jetzt mal sitzen, ab dann auch, mich aufzustehen. Das war jetzt so die Einwärmphase. Was ich sagte, das war jetzt eine kurze Einwärmphase. Das nächste Lied, damit steigen wir uns zum ersten musikalischen Höhepunkt, wo dann auch das Darmes in den Fetzen fliegen müssen. Von mir her, vor allem erstmal, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr jedenfalls eine wunderbare, ehrwürdige Klicks verhalten habt, auch alle gekommen seid und dem Beruf, dass ihr geweis gefolgt seid. Nach wie vor, lasst euch alles nicht leben, lasst uns eine Sache auch weiterhin bleiben. Die leckt uns am Arsch, Rocken Opposition! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zusammen! Egal wie vor der Nacht! Egal wie lang! Egal wo Ende der Tag! Egal wo Ende der Tag! Egal wie lang! Egal wie lang! Man braucht Kontrolle! Und dann kommt der Spindel in die Nacht! Egal wie lang! 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 Egal wie lang!